Hi, ich bin Sora. Ich habe mein Fachabitur gemacht und studiere jetzt an der Universität Kassel im Kombibachelor Politikwissenschaft und Soziologie. Neben Politikwissenschaft und Soziologie kannst du auch noch viele andere Nebenfächer lernen, wie zum Beispiel Philosophie, Wirtschaft. Das heißt, es gibt für dich ganz viele Möglichkeiten, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und Möglichkeiten, dein Wissen anzuwenden. Ich bin Carlos, ich komme aus Kolumbien, in Lateinamerika und ich studiere hier an der Uni Kassel mit dem Master, die heißt Global Political Economy and Development. Dieser Master ist eine einzigartige Möglichkeit, um verschiedene Fächer zu lernen. Nicht nur mit politischer Ökonomie, sondern auch zum Beispiel mit Agrarwissenschaften. Und auch kann ich mich beschäftigen, zum Beispiel mit postkolonialen und postentwickelten Studies. Hallo, mein Name ist Christine Klaper und ich leite das Fachgebiet Internationale Geschlechterpolitik und qualitative Methoden. Mein Name ist Aram Siai und ich leite das Fachgebiet Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Und wie man daran vielleicht schon erkennt, gibt es hier in der Politikwissenschaft der Uni Kassel eine Reihe von Fachgebieten, die es an anderen Unis so nicht gibt. Wir haben auch noch weitere Fachgebiete, die zu den Themen politische Ökologie arbeiten und zu globaler politischer Ökonomie der Arbeit und zur Didaktik der politischen Bildung. Das, was die Politikwissenschaft in Kassel sehr auszeichnet, ist, dass sie herrschaftskritisch ist und dass wir uns auch mit Phänomenen und Krisen Herausforderungen der Gegenwart beschäftigen, gerade auch in ihrer Komplexität. Das heißt, auch Nord-Süd Beziehungen spielen eine zentrale Rolle. Globale Interdependenzen spielen eine zentrale Rolle. Soziale Bewegung, Fridays for Future Bewegung, feministische Bewegungen, queere Bewegungen. Im Schwerpunkt Nachhaltigkeit wird gerade in Kassel das Kassel Institute of Sustainability aufgebaut mit 17 neuen Professuren im Bereich Ökologie als ein interdisziplinäres Zentrum. Was es hier in der Politikwissenschaft in Kassel auch gibt, ist ein Schwerpunkt zu Migrationspolitik und ein weiterer Schwerpunkt zu Sozialpolitik. Und wir veranstalten eben auch regelmäßig gemeinsam mit anderen Fachbereichen eine Ringvorlesung zum Thema Rechtsextremismus. Diese interdisziplinäre und auch internationale Ausrichtung der Politikwissenschaft spiegelt sich auch in den Seminarthemen wieder, auch in den Forschungsthemen der hier lehrenden Professorinnen und Dozentinnen. Für mich macht das Studium in Kassel als Hauptsache die kritische Perspektive. Ja, man kann finden offene Ohren und Augen zu anderen Gedanken. Heutzutage haben wir auch die Global Partnership Network. Wir haben auch hier das Centro de Estudios Latinoamericanos. Der Campus der Universität Kassel ist wie ein kleines, selbstständiges Dorf aufgebaut. Man entdeckt an jeder Ecke eigentlich was Neues, wie zum Beispiel den Hochschulgarten oder das Café Desaster, was zum Beispiel auch als zentraler Treffpunkt gerade für Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler in Diet. Das Einzigartige an dem Campus der Universität Kassel ist auch das Studierendenhaus mit seinen selbstverwalteten und autonomen Referaten, wie zum Beispiel das Queer-Referat oder das Flinter-Referat. Kassel ist ein guter Ort zum Studieren, weil es ist auch Multikulti und es ist bunt. Und das macht die Erfahrung von der Stadt größer. Und ich würde sagen, das macht auch viel zu tun mit dem Studium. Weil man kann sehen, mit den anderen Leuten von der ganzen Welt, wie kann man tun in der Gesellschaft. In Kassel gibt es unglaublich viele selbstverfaltete Kollektive, die in unterschiedlichen Räumen und in unterschiedlichen Vierteln unterschiedliche Thematiken bedienen. Und das finde ich ein sehr positives Stadtbild, das es den Leuten auch ermöglicht, diese Räume zu nutzen und ihre Kunst und ihre Kultur darin auch auszuleben.